Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute geht es um das Thema Schermaschinenvergleich. Wir testen heute eine neue Schermaschine, die häufig in den Facebook-Gruppen erwähnt worden ist und vergleichen diese zu unserer langjährig verwendeten Mosamax 50. Eine Information dazu, alle Produkte, die wir hier erwähnt haben, haben wir selbst gekauft und wurden nicht von den Firmen gesponsert. Und los geht's! Also die generelle Zielstellung war und ist, eine Schermaschine für unseren Zwergpudel zu finden, die ein sehr gutes Share-Ergebnis erzeugt, nicht zu teuer ist und uns lange erhalten bleibt. Unsere erste Suche hatte uns damals zur Mosamax 50 gebracht. Diese hatten wir dann auch fast drei Jahre genutzt und können immer noch sagen, das war ein sehr guter Kauf. Nun, in diversen Pudelforen und Facebook-Gruppen wird häufig die Heiniger Opal angepriesen. Nach langem Hin und Her haben wir uns dann doch dazu entschieden, die Schermaschine einfach mal zu bestellen und gestern hatten wir Moki das erste Mal mit der neuen Maschine geschoren. Hat die Opal jetzt unsere Mosamax 50 abgelöst und eigentlich die viel wichtigere Frage ist, welche Maschine können wir euch als Erstinvestition ohne Bedenken empfehlen? So, schauen wir uns dazu erstmal ein paar Kriterien an, die uns wichtig sind. Diese haben wir absteigend nach der Wichtigkeit geordnet. Nummer 1, Preis. Nummer 2, das Share-Ergebnis, natürlich das, was dabei rauskommt. Nummer 3 ist Handling, also wie liegt die Maschine in der Hand. Nummer 4 ist Langlebigkeit. Nummer 5 Lautstärke, dann das Gewicht, Design, bestimmte Zusatzfeatures und Extras. Füllen wir die Tabelle einmal für die Mosamax 50 aus. Also der Preis, 139 Euro hatten wir damals bezahlt und die kam mit zwei Aufsteckkammen. Wir haben noch einen zusätzlichen Aufsteckkamm gekauft, also für 10 Millimeter und der hat nochmal 10 Euro gekostet. Also insgesamt haben wir da 150 Euro ausgegeben. Zum Share-Ergebnis können wir nach wie vor sagen, es ist sehr gut. Das Handling ist allerdings nur gut, das Kabel stört etwas beim Sheren. Langlebigkeit, also jetzt noch über 20 Mal Sheren, funktioniert sie nach wie vor immer noch sehr gut. Lautstärke ist sehr gut, das Gewicht ist auch gut und das Design gefällt uns auch sehr gut. Und wir hatten das Set gekauft, wo noch zwei Aufsteckkämme mit hinzugegeben worden sind. Also auch sehr gut. Insgesamt hatten wir, wie erwähnt, Moki bestimmt über 20 Mal, also alle 6 Wochen, in den letzten 3 Jahren geschoren. Und die Maschine läuft auf jeden Fall noch ohne Probleme. So, kommen wir mal zur Heiniger Opal. Da hatten wir 400 Euro bezahlt. Wir hatten das Set gekauft, wo zwei zusätzliche Batterien mit drin sind und zusätzlich noch ein Set mit verschiedenen Aufsteckkämmen. Insgesamt haben wir dort 440 Euro bezahlt, was natürlich auch eine stolze Summe ist. Zum Share-Ergebnis, das war auch sehr gut. Zum Handling können wir sagen, dass sie auch sehr gut ist, weil sie kein Kabel hat. So kommt man natürlich in den verschiedenen Stellen gut voran. Langlebigkeiten müssen wir nochmal gucken. Also das war jetzt das erste Mal, dass wir die verwendet haben. Lautstärke ist sehr gut, das Gewicht ist gut. Das Design, das finden wir gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt mal. Zu den Extras, also wir hatten das Set gewählt, wo man zwei Batterien bekommt, aber im Nachhinein können wir jetzt sagen, eine Batterie reicht. Also die hält 240 Minuten und wir scheren maximal 45 Minuten. Von daher ist das für den privaten Gebrauch schon etwas zu viel. Ja, dann schauen wir uns einfach mal die letzte Schuhe an. Also was auffällig war, ist, nachdem wir sie in Betrieb genommen haben, wir haben ausschließlich auf der zweiten Stufe geschoren. Also die Heiniger kommen in zwei Stufen. Die erste Stufe ist ein bisschen, sage ich jetzt mal, geringer und die zweite ist dann voll Power. Und wir haben ausschließlich auf der zweiten Stufe Mookie geschoren. Nach 18 Minuten wurde die Maschine ziemlich heiß, also gefühlt heißer als die Moser Max 50. Hinweis an der Stelle, das mag ein individuelles Einzelergebnis bei uns sein. Vielleicht liegt es nur an unserer Maschine. Das Handling war sehr gut, da es kein Kabel gab und man konnte dann sehr gut in die Ecken und Beugen gehen. Und ja, die Batterie war nach 45 Minuten noch immer komplett voll. Also insgesamt war die Opal schon ziemlich gut und hier könnt ihr einmal das Vorher- und Nachher-Bild von Mookie sehen. So, kommen wir zum Fazit. Also wir hatten ja oben erwähnt, dass wir den Preis am höchsten gewichtet haben. Und da uns der Preis am wichtigsten ist, würden wir immer wieder die Moser Max 50 für den Erstrunde-Besitzer empfehlen. Damit haben wir nach wie vor die besten Ergebnisse erzielt und ja, zu einem angemessenen Preis. Natürlich sparen wir hier sowieso viel Geld, wenn wir Mookie bis zum Ende seines Lebens selbst sharen. Das sind dann, wenn man das jetzt auf 17 Jahre rechnet und alle sechs Wochen knapp 150 Mal, wo wir ihn sharen müssten. Und 150 Mal mal 50 Euro, sage ich jetzt mal beim Hundefriseur, ergibt 7500 Euro, die wir dann eigentlich fürs sharen aufwenden müssten. Und da lohnen sich natürlich beide Maschinen. Die Moser 50 kann 57 Mal neu gekauft werden für 7500 und die Heininger Opal kann 18 Mal neu gekauft werden. Also damit müssten wir dann auf jeden Fall günstiger unterwegs sein, als zum Friseur zu gehen. Natürlich muss man dann auch berücksichtigen, dass man insgesamt zwölfeinhalb Tage seines Lebens nur fürs sharen opfern müsste, bei knapp zwei Stunden. Aber das ist dann eine andere Sache, das macht ja auch Spaß. Wir hoffen, dass euch das Video weitergeholfen hat und wünschen viel Spaß beim sharen.